ich soll die origin spielen mit vorstoß gerät nahkampf schaden warum der nahkampf schaden warum ist mir nahkampf schaden und voll im mantelgeschoss schützen reflex visier okay also anscheinend gibst du mir anscheinend gibst du mir eine eine scheiß klasse eine scheiß origin ich werde mir den drop halt holen und wenn ich dann tot bin dann sind deine 30.000 viewer points halt weg nur dass du da bescheid weißt das geht jetzt nicht darum dass ich einen win holen mit der waffe sondern ich spiele sie einmal auch wenn ich keinen schuss mit dieser waffe abgegeben habe ja werden habe ist das ding dadurch nur so das protokoll geben muss hat das griff von und auf der grau nehmen wir mit monolith den nexus 60 schuss und griff na gut okay kann starten in flames es geht nicht darum was besser sondern er hat sich für 30.000 kanalpunkte loadout gewünscht und den muss ich jetzt spielen ich würde auch niemals so eine origin spielen die origin ich glaube ich habe noch nie bestimmt eine beschissenere origin gesehen vorstoß gerät für nahkampf schaden vollmantelgeschoss auf der origin also ich glaube ohne scheiß ich habe noch nie eine beschissenere origin gesehen wie der airport und jetzt mal win ohne hacker welchen level abgibt es äh gold edition gelungen gerade wie bitte boah eine origin gefunden aber jetzt mache ich mit aber oh hier ist fast warte 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 hast du noch du hast noch nie eine beschissene origin gesehen niklas ne du ich werde gleich ernst du stirbst oder nicht du denn das ist hier ist ein gasmasker für dich aber wir haben dann gedee woanders am brem er kommt rechts nichts um die wand ist er glaube ich er hat mich einfach gehört und hat nie geguckt und da bist du um die enge gekommen war richtig gut war richtig gut so jetzt holen wir uns seine schöne origin wenn ich die schon sehe wenn ich die schon sehe kriege ich einen krampf dann lass uns nicht mal vorgehen ne krieg ich nach rechts ja so ich einer noch cracked hab sie schön unterm auto durchschießen du kannst unterm auto durchschießen das ist so geil damals bei h7 gelernt und seitdem mache ich es das wissen die meiste einfach nicht oder machen es einfach nie hier rechts wurden drop geholt aber der erste fc paris ist tatsächlich mein lieblingsverein rechts links im haus links glaube ich ja wir testen mal die origin leute wie schnell geht man da und wie schnell er müsste gleich hochkommst du dir ausrüstungs lieferung ist unterwegs rechts Lecker schmecker. Du kannst nicht fassen, dass ich einfach mit Luki's Kackloadout mehr Kits mache, als mit meiner AX50 gefühlt, mann. Einfach besser, ja, mann. Du hast noch den Welpenschutz, den man so sicher hat. Ist echt so, ne? Ich leb einfach. Es ist so. Ich fass es nicht. Was ist das für ne Runde? Was ist das für ne fucking Runde? Ey, Groß- und Außenhandelskaufmann. Jetzt werde ich noch gejagt und der hat nen Sniper und ich halt nicht, ne? Er hat geretzt. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitsdauer wird magiiert. Der Bein springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achtet. Der Bein springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achtet. Der Bein springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achtet. Mit deinem Kackloadout einfach den ersten Win am Tag holen. Hätte ich nicht erwartet. Du hast genug Platten, ne? Ey, ich bin full. Platte. Über uns. Einer knock. Der FC4 auch. Das sind aber auch Hits, ne? Einer down. Der hat ne Plattentasche hier und Loot. Ammo Box auf. Hab ein Noct. Noch ein anderes Team. Das war letzte Sekunde, Alter. Warte mal. Hab ihn. Da war vorm noch das andere Scheiß-Team von hinten. Hier liegt auch noch Luke, ne? Platten-Tasche und und und. Äh, Platten-Kiste hab ich dabei jetzt. Ja, Luke, what the fuck hast du mir für'n Loadout gegeben, Mann? Locker auch irgendwie sowas wie der Farmers-Bug. Eigentlich übelst ne Scheiß-Waffen. Aber irgendwie ein Bug im Game und deswegen alles Rasur. Ja, hier ist was unter uns. Hier. Du bist sicher. Du hast die feindlichen Verfolger abgehängt. Hier unter uns. Direkt da hinten laufen. Ja, also ich. Einer knock. Digger, ich hasse es nicht, Luki. Was gibst du mir hier für'n Loadout, Mann? Was gibt der mir für'n Loadout? Äh, wir können sonst auch schon mal noch weiter gehen, theoretisch. Mit uns, hinter uns. Vor, vor, vor. Ja, alles klar. In der Luft noch. In der Luft noch. Ach, scheiße, Digger. Dreh zieh. Sorry. Lass uns weg. Alles gut. Wie schnell das mit mir geht. Dreh. Ui, was machachte vielleicht schon mal, was ich rein? Slight schlaven. Willst du weit weg und geschah? Ach, Scheißdreck, Digga, hat er mich noch erwischt. Da hat er mich noch erwischt. Ärgerlich. Der Benni, 200 Bits, vielen Dank dafür. So, ja, witziger Loadout, kann man so sagen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ne, wir wechseln dennoch jetzt wieder zum Archangel. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.